Habe einen richtigen Partner an deiner Seite. Diesen Erfolgstipp habe ich von Werner Zeichner, Röder Brösel, Feldmann bekommen und darüber geht es in meinem heutigen Blogbeitrag. Der Antwort auf die Frage, wie finde ich den richtigen Partner und wie kann ich denn den halten? Und was ist das Essentielle, dass diese Beziehung, ob Geschäftsbeziehung oder Privatbeziehung, auch weitergeht? Ich gebe dir dazu die fünf Sprachen der Liebe an die Hand, die dir helfen werden, rauszufinden, welche Sprache du gerne sprichst, was du gerne gibst und was du gerne erhältst. Wenn du das in deiner Beziehung beachtest, ob Kundenbeziehung oder vielmehr auch besser privaten Beziehung, werde ich dir versprechen, sie wird besser sein, ihr werdet mehr Freude haben und sie wird auf jeden Fall anhalten bis zu dem Zeitpunkt, bis zu dem du nicht mehr möchtest.